Ich möchte jetzt wieder zurück zur Vorlesung kommen und hoffe, Sie wieder einfangen zu können, da wo ich einige von Ihnen offensichtlich am Dienstag verständlicherweise verloren habe. Wir sind in einer Phase der Vorlesung, wo wir uns damit beschäftigen, was nicht möglich ist, lauter negative Erkenntnisse sammeln darüber, was diese Turing-Maschinen, die wir da so toll gebaut haben, alles nicht können, was Sie alles nicht entscheiden können, nicht erkennen können. Und der Grund, warum diese Maschinen so beschränkt sind, warum wir überhaupt diese Beschränkungen dessen erkennen, was natürlich dann auch deshalb wir Menschen wissen, entscheiden, erkennen können, das liegt, wenn Sie mir jetzt mal kurz zwei Minuten erlauben, etwas vage zu sein, dem Gefühl nach so irgendwie an zwei Aspekten, die ich nochmal kurz hervorheben möchte. Der eine Aspekt ist, dass die Turing-Maschinen diskrete Prozesse sind, dass also der Prozess der Berechnung einer Turing-Maschine immer aus diskreten Schritten besteht, eins nach links, eins nach rechts auf dem Band, ein Symbol auf dem Band schreiben, von einem Zustand in den anderen wechseln, das ist alles ganz diskret. Und wir haben gemerkt, dass das dazu führt, dass die Räume, die wir damit bauen können, dass die immer irgendwas mit den zählbaren, abzählbaren, aufzählbaren Räumen zu tun haben und es aber leider überabzählbar viele Probleme gibt, die man gerne lösen möchte und dass deswegen da so ein Gap besteht. Das andere Problem, das wir festgestellt haben, oder dass sowas uns ein bisschen Sorgen macht oder über das wir immer stolpern, ist dieser Aspekt von Turing-Maschinen, dass sie nicht nur akzeptieren oder verwerfen, sondern diese dritte Möglichkeit haben, für immer weiter zu laufen. Warum haben wir die überhaupt? Wir brauchen sie, denn alle Maschinen, die nur diese diskreten Möglichkeiten haben, diese binären Möglichkeiten haben, anzuhalten und entweder zu verwerfen oder zu akzeptieren, aber immer anzuhalten, die sind fundamental beschränkt in dem, was sie überhaupt berechnen können. So ganz zu Ende gedacht haben wir das noch nicht, wir haben es aber gesehen bei den endlichen Automaten mit ihren regulären Sprachen und bei den Kellerautomaten, die sogar einen endlosen Stack haben, aber trotzdem nach endlich vielen Schritten immer fertig sein müssen. Es gibt sogar noch was dazwischen, das ist genau diese Chomsky-Hierarchie Ebene 1, die gehört zu den linear beschränkten Automaten, das ist im Prinzip mit ein bisschen Kaveyats als die Turing-Maschinen, die irgendwie immer anhalten oder zum Beispiel nicht nur bei denen was sie anhalten, aber bei denen man entscheiden kann, ob sie immer anhalten oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben darüber zu reden irgendwann oder ob ich die noch weglasse, das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Entscheidend ist die Einsicht, dass wenn wir den Automaten nicht erlauben, potenziell unendlich lang zu rechnen, dass wir sie dann einschränken in den Möglichkeiten dessen, was sie berechnen können. Und aus diesen beiden Aspekten heraus entstehen diese Probleme, dass es eben Fragen gibt an Turing-Maschinen und über Turing-Maschinen, die nicht entscheidbar sind oder sogar teilweise noch nicht mal rekursiv aufzählbar sind. Und dann haben wir in der letzten Vorlesung gemerkt, dass das nicht nur ein einziges Problem ist, das Halteproblem, das da entsteht, sondern eine ganze Klasse von Fragen, die man gerne stellen möchte an Turing-Maschinen. Ob eine Turing-Maschine auf einer bestimmten Eingabe anhält, ob sie auf sich selber als Eingabe anhält, ob sie auf überhaupt irgendeiner Eingabe anhält und so weiter und so weiter. Und dann haben wir letzte Vorlesung und da möchte ich Sie jetzt wieder abholen, zwei Strukturen, zwei Beweistechniken kennengelernt, die uns diese Art von Beweisen, das Verstehen dieser ganzen verschiedenen Probleme, die alle nicht entscheidbar oder nicht berechenbar, nicht aufzählbar sind, rekursiv aufzählbar sind, erleichtern. Der erste davon ist das Konzept einer Abbildungsreduktion. Hier steht nochmal die Definition wiederholt aus der letzten Vorlesung, etwas kompakter geschrieben jetzt. Wir sprechen davon, dass wir eine Sprache L1 auf eine andere Sprache L2 oder ein Problem L1 auf ein anderes Problem L2 abbildungsreduzieren können, wenn wir eine Abbildung finden können, welche Turing berechenbar ist, so dass Worte aus der ersten Sprache auf Worte aus der zweiten Sprache abgebildet werden. Und zwar so, dass diese Abbildung ein eindeutig ist in dem Sinne, wie es hier steht, dass ein Wort in der ersten Sprache ist genau dann, wenn es eine Abbildung in der zweiten Sprache ist. Das heißt entweder, wenn W1 in L2, dann F von W in L2 und wenn W1 nicht in L1, dann F von W W nicht in L2 oder wenn W in L1, dann F von W in L2 und wenn F von W nicht in L2, dann W nicht in L1. Diese Abbildung nennen wir Reduktion und wir haben dafür gefordert, dass sie Turing berechenbar sein muss, das heißt, dass sie durch eine Turing-Maschine berechnet wird, die immer hält. Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht fordern würden, dann gäbe uns das so eine Art Ausweg, so eine kleine Abkürzung, um die Schwierigkeit eines Problems, ich wollte gerade fast Komplexität sagen, ist aber ein technischer Begriff, benutze ich nicht, die Schwierigkeit des Problems zu verstecken in dieser Funktion F. Ja, dann könnten wir irgendwas ganz Verrücktes machen in F, weil wir nicht darüber nachdenken müssen, wie wir das eigentlich realisieren und dann könnten wir uns selber in die Verwirrung führen. Deswegen müssen wir verlangen, dass das F explizit konstruierbar ist. Wenn wir so eine Reduktion finden, dann haben wir gesehen, haben sogar bewiesen, dass diese Art von Struktur, diese teilweise Ordnung, partielle Ordnung auf Sprachen, uns Aussagen erlaubt in der Form, wenn das hier gilt, dann ist L1 höchstens so schwer wie L2 oder L2 ist mindestens so schwer wie L1. Etwas konkreter, wenn L2 entscheidbar ist, dann ist L1 auch entscheidbar, wenn L2 rekursiv aufzählbar ist, dann ist L1 auch rekursiv aufzählbar, wenn L1 nicht entscheidbar ist, dann kann L2 auch nicht entscheidbar sein und wenn L2 semi-entscheidbar ist, also rekursiv aufzählbar, dann ist L2 auch nicht semi-entscheidbar. Und das kann man jetzt also benutzen in typischer Weise, um zu zeigen, dass etwas nicht entscheidbar ist. Nämlich, indem wir etwas nehmen, von dem wir schon wissen, dass es nicht entscheidbar ist und es dann abbildungsreduzieren auf ein anderes Problem, von dem wir zeigen wollen, dass es nicht entscheidbar ist. Übrigens, hier ist eine typische Verwirrung, vielleicht um es nochmal laut zu sagen, Reduktion für den Laien, wenn man es zum ersten Mal hört, klingt so, als ob das, was rechts steht, L2, einfacher ist, weil es ja reduziert ist. Wir haben L1 reduziert auf L2. Das klingt so, als ob L2 was Kleineres ist, was reduziert ist. Das ist aber nicht richtig, das ist genau falsch rum. Das, worauf man reduziert, ist die schwierigere Frage im Allgemeinen. Und indem wir zeigen, dass ein bestimmtes Problem reduziert werden kann auf ein anderes, zeigen wir, dass dieses Ausgangsproblem höchstens so schwer ist, wie das zweite Problem. Also wenn das zweite Problem schwer ist, dann sagt uns das wenig. Aber wenn das zweite Problem leicht ist, dann wissen wir was über das erste. Deswegen ist es typischerweise so, dass wir auf der linken Seite was haben, was wir schon wissen und dann was über die rechte Seite aussagen können. Das heißt, die Beweistechnik besteht immer aus, Sie wollen zeigen, dass L2 nicht entscheidbar ist, dann nehme ich was, was nicht entscheidbar bekannt ist, L1, typischerweise das Halteproblem, irgendeine Variante vom Halteproblem, das leere Halteproblem oder das spezielle Halteproblem oder das akzeptierende Halteproblem, dieses ATM und reduzieren das auf die neue Sprache. Okay? Ein bisschen nicken. Schauen wir mal, wir machen gleich nochmal ein Beispiel. Und ich möchte aber, um es uns nicht einfach langweiligerweise nochmal so ein abstraktes Beispiel zu machen, greife ich gleich noch das zweite auf, was ich in der letzten Vorlesung am Anfang gemacht habe. Wir haben nämlich noch diese andere Struktur uns betrachtet, die so ein bisschen nicht so richtig greifbar ist irgendwie, nämlich diese Idee von Komplementsprachen und der Menge der Komplemente von rekursiv aufzählbaren Sprachen. Co-Re, Co-R-E. Re heißt rekursiv enumerabel, rekursiv aufzählbar und Co-Re heißt, dass das Komplement der Sprachen, die in dieser Menge sind, rekursiv aufzählbar sind. Hier ist nochmal die Definition, diese Menge enthält alle Sprachen, deren Komplement rekursiv aufzählbar ist. Warum ist diese Konstruktion hilfreich? Weil wir gesehen haben, dass eine Art, die rekursiven Sprachen, R, die Sprachen, die entscheidbar sind, zu charakterisieren, auf präzise Weise, auf scharfe Art und Weise, auf strikte Art und Weise genau der Überlapp, die Intersektion, der Schnitt von Re und Co-Re ist. Eine Sprache, die rekursiv aufzählbar ist, deren Komplement aber auch rekursiv aufzählbar ist, die ist entscheidbar. Warum? Weil man eine Turing-Maschine haben kann, die die Worte in der Sprache rekursiv aufzählt und eine andere Turing-Maschine, die die Worte, die nicht in der Sprache sind, nämlich das Komplement rekursiv aufzählt, die also erstens auf Worten anhält, die in der Sprache sind und ihr zweiter Teil auf Worten anhält, der nicht in der Sprache ist und damit haben wir immer was, was anhält. Eins von beiden hält immer an und dann können wir entscheiden. Und dann habe ich mich selber verwirrt in der Vorlesung, in dem ich über, in dem Fall eine andere Variante des Halteproblems, nämlich diesem ATM, das ist die Sprache von Turing-Maschinen, die auf einem bestimmten Wort akzeptieren, statt halten, genommen habe, ist aber egal, wir können auch dieses Halteproblem nehmen, H0 ist das Halteproblem einer Turing-Maschine auf dem leeren Wort, das sogenannte Null-Halteproblem und dann hier so mich darüber gefragt habe, wo das jetzt eigentlich genau sein soll, das war totaler Quatsch, wenn Sie verstanden haben, warum es einfach ist, dann ist klar, dass es ganz einfach ist. Also diese Menge hier, das ist einfach die Menge der Komplimente von rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das heißt, per Definition ist jede Sprache, die in dem gelben Kringel ist, hat die Eigenschaft, dass ihr Kompliment in dem roten Kringel ist. Das heißt, wenn ich hier was reingemalt habe, dann muss das Kompliment davon in dem roten Kringel sein. Die Frage ist eigentlich nur, ob eine Sprache und ihr Kompliment gemeinsam beide in RE sind, dann sind sie auch rekursiv, also entscheidbar, oder ob der eine, dass die Sprache selber außerhalb ist, also nicht entscheidbar, dann ist ihr Kompliment auch außerhalb dieses Schnitts, aber immer noch im roten Kreis. Und dann habe ich gefragt, gibt es denn auch Sprachen, die hier so außerhalb liegen, die also in der Menge aller Sprachen liegen, aber weder rekursiv aufzählbar sind, noch ihr Kompliment rekursiv aufzählbar sind. Und dann wollte ich das ein bisschen beiseite schieben, aber ich habe jetzt entschieden, dass wir es doch nochmal machen, weil es nämlich uns eine Gelegenheit gibt, gleichzeitig sowohl diese Komplimentstruktur als auch Abbildungsreduktionen zu verwenden. Es gibt nämlich ein großes Standardtextbuchbeispiel für eine Sprache, die weder rekursiv aufzählbar ist, noch ihr Kompliment rekursiv aufzählbar ist. Und diese Sprache heißt, je nach Lehrbuch, entweder T oder TOT, manchmal nennt man sie auch das universelle Halteproblem oder die Sprache der Entscheider, die Menge aller Entscheider, das ist die Menge aller Turing-Maschinen, welche die Eigenschaft haben, dass sie auf allen möglichen Eingaben immer halten. Solche Turing-Maschinen nennt man Entscheider. Das sind die, die auf jeder Eingabe immer halten, entweder akzeptieren oder verwerfen. Sie können jetzt mir in meinem Beweis dafür folgen, dass diese Sprache außerhalb von RE und Co. RE liegt, oder wenn Ihnen das eh schon offensichtlich ist, dann können Sie überlegen, was es an dieser Sprache so spannend ist, warum die wahrscheinlich außerhalb dieser beiden Kreise liegt. Das hat was mit dem zu tun, was da rechts, diesem Prädikat, das da rechts hinter dem Balken steht, da ist ein Für-Alle drin. Und das Für-Alle ist ein sehr spannender Quantor, der manche Sachen schwierig macht. Wie beweist man jetzt, dass diese Sprache da komplett außerhalb liegt, außerhalb dieser, also ich sage komplett außerhalb, das heißt außerhalb dieser beiden Kreise. Man könnte natürlich noch andere Kreise definieren, aber die beiden, sie ist definitiv außerhalb dieser beiden Kreise. Wie beweist man das? Man beweist es durch ein Paar an Abbildungsreduktionen. Und zwar werden wir zuerst das H0, das Nullhalteproblem, auf dieses allgemeine, universelle Halteproblem reduzieren. Und dann werden wir sein Komplement auf dieses Halteproblem reduzieren. Und die Kombination aus den beiden wird uns dann mit Hilfe dieser Struktur da drüben erlauben zu zeigen, dass es weder in dem einen noch in dem anderen sein kann. Machen wir das einmal langsam. Erst die Standard-Abbildungsreduktion, die von dem Typ ist, wie Sie das immer mal wieder in Klausuren auch sehen werden, auf Übungsblättern und überall sonst so. Wir machen einen ersten Teil, wir zeigen nämlich, dass dieses universelle Halteproblem nicht entscheidbar sein kann, nicht in der rekursiven Sprache liegen kann, indem wir, das ist eine typische Frage, also Aufgabe, zeige, dass eine bestimmte Menge, in diesem Fall TOT, T-O-T, nicht entscheidbar ist, dann ist der Beweis für immer, ich reduziere das Halteproblem und ich suche mir irgendein Halteproblem aus, das mir gefällt, Abbildungsreduktion auf die Menge. Und dann, weil ich weiß, dass das hier nicht in R ist, kann das hier auch nicht in R sein. Ein besonders angenehmes Halteproblem ist dieses H0, also H0 ist die Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort halten. Warum ist das angenehm? Weil es da immer nur um ein Wort geht und das Wort ist auch noch ein besonders einfaches Wort, das heißt, man muss sich nicht so viel Gedanken machen darum, welche Strukturen man da baut. Und wie funktioniert nochmal eine Abbildungsreduktion? Ja, wir nehmen diese Menge, von der wir schon wissen, dass sie nicht entscheidbar ist und jetzt müssen wir sie abbildungsreduzieren, das heißt, wir müssen eine explizite Turing-Maschine bauen, welche aus einer Instanz des Halteproblems von H0, also einer Turing-Maschine, eine Instanz des universellen Halteproblems macht, das, auf das wir reduzieren möchten. Mit der Eigenschaft, dass wenn W in H0, dann F von W in Tott und wenn W nicht in H0, dann F von W nicht in Tott. Das heißt, wir müssen im Prinzip zwei Sachen zeigen in so einem Beweis. Einerseits müssen wir diese Turing-Maschine hinschreiben, die das F macht, die Abbildung und dann zeigen, dass diese Abbildung tatsächlich so realisierbar ist, also berechenbar ist, das muss überzeugend sein, dieses Argument. Und dann müssen wir diesen mechanischen Teil machen, um zu zeigen, dass das genau die Struktur hat, die wir wollen. Das ist nämlich, wenn W, dann F von W und so weiter. Also, die Idee hier ist, wir bauen eine Turing-Maschine, die kriegt eine Eingabe, Turing-Maschinen kriegen immer Eingaben, und mit dieser Eingabe macht sie folgendes, wenn diese Eingabe nicht das leere Wort ist, dann bleibt sie einfach sofort stehen. Und wenn sie das leere Wort ist, dann simuliert sie die Turing-Maschine M, die zu dem leeren Halteproblem H0 gehört, und macht darauf, was immer diese Maschine macht. Jetzt müssen wir also erstens zeigen, dass sowas möglich ist. Ist das möglich? Naja, dazu muss die Turing-Maschine, wenn sie ein Wort bekommt, dieses Wort angucken und entscheiden, ob es leer ist. Das geht, denn wir wissen, dass Turing-Maschinen Eingaben vergleichen können mit einer anderen Eingabe. Insbesondere können sie die Eingabe mit dem leeren Wort vergleichen. Okay? Und danach muss sie die Turing-Maschine simulieren auf dem leeren Wort. Ach, das ist jetzt schon der erste Tippfehler, muss natürlich M von Epsilon heißen hier, nicht M von W, super, geht gut los. Ich korrigiere es gleich, damit wir uns gar nicht erst verwirren. Wo haben wir es? Wenn, dann simuliere M von Epsilon, sonst sind sie gleich wieder verwirrt. Gut, das geht auch, zu simulieren geht. Warum? Weil es gibt die universelle Turing-Maschine. Gegeben eine Eingabe in gespitzten Klammern M, also gegeben eine Gödel-Nummer, kann ich diese Turing-Maschine M simulieren, insbesondere auch auf dem leeren Wort. Also, diese Funktion ist berechenbar, erster Teil des Beweises. Zweiter Teil des Beweises hat sie die Eigenschaft, die wir möchten. Das bedeutet, wenn eine Maschine M in dem leeren Halteproblem ist, dann hält diese Maschine auf allen Eingaben. Denn sie hält insbesondere auf allen Eingaben, die nicht das leere Wort sind, und sie hält auch auf dem leeren Wort, weil sie nämlich da M simuliert und M in dem Halteproblem liegt. Wenn eine Maschine nicht in dem H0 liegt, wenn sie also nicht anhält auf Epsilon, dann ist diese Maschine kein Entscheider, denn es gibt eine Eingabe, das leere Wort, auf dem sie nicht hält. So, haben Sie diesen Teil verstanden? Jetzt wird etwas kräftiger genickt, immer noch nicht so ganz so viel, aber ein bisschen mehr, es sind dann immer noch 10% des Raumes, aber okay, 50% sind auch vielleicht sowieso nicht willens, den Kopf zu bewegen. Gut, also haben wir damit gezeigt, dass Instanzen des leeren Halteproblems abbildungsreduzierbar sind auf dieses TOT, wir wissen, dass das leere Halteproblem nicht entscheidbar ist, also kann TOT nicht entscheidbar sein. Jetzt wissen wir schon mal, dass es nicht in dem blauen Bereich liegt. Jetzt könnte es ja aber immer noch in dem Kreis liegen, es könnte ja immer noch reglussiv aufzählbar sein. Und was wir jetzt machen ist, dass wir uns das Komplement von diesem H0 nehmen. Per Definition wissen wir, dass das außerhalb von dem gelben Kreis liegt, denn wenn es nicht außerhalb von dem gelben Kreis liegen würde, dann wäre es ja in R. Und wir wissen ja, dass es nicht in R liegt. Es liegt aber auch per Definition in dem roten Kringel, einfach weil es ein Komplement von einer rekursiv aufzählbaren Sprache ist, also ist es natürlich in dem roten Kringel. Und jetzt werden wir dieses H0 Komplement reduzieren auf TOT. Wie geht das? Das ist eins komplizierter. Also Instanzen von diesem H0c-quer sind Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort nicht halten. Also immer weiter laufen. Und da ahnt man schon, das ist eine nicht aufzählbare Sprache, weil wie soll ich denn die Mengen, wie soll ich das denn testen? Wie würde denn so eine Maschine aussehen, die entscheidet, dass eine andere Maschine nicht hält? Sorry, nicht entscheidet, die erkennt, wenn eine Maschine nicht hält. Das funktioniert mit Sicherheit nicht durch Simulation, weil die Simulation würde ja nie halten. Wir machen eine Abbildungsreduktion und zwar bedienen wir uns jetzt hier der Tatsache, dass dieses TOT so ein unglaublich mächtiges Prädikat da rechts stehen hat. Dass man nämlich in TOT ist, in dem universellen Halteproblem, wenn man auf allen Eingaben anhält. Also auf beliebig langen Eingaben. Und dazu bauen wir uns eine Abbildungsreduktion, die genau diesen Alquantor so richtig voll ausnutzt. Und der sieht so aus. Hier unten ist der zweite Teil. Wir zeigen eine Abbildungsreduktion von dem Komplement des leeren Halteproblems auf diese komische Menge, dieses universelle Halteproblem TOT. Und dazu machen wir wieder die gleiche Struktur. Jetzt ist die zweite Chance, Abbildungsreduktion nochmal zu verfolgen. Diesmal eine etwas komplizierteren Struktur. Wir wollen diese Menge, von der wir wissen, dass sie nicht rekursiv aufzählbar ist, reduzieren auf das TOT. Die enthält alle Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort nicht anhalten. Jetzt bauen wir uns wieder so eine Abbildung. Jetzt nennen wir sie G, weil F habe ich gerade schon benutzt, damit ich nichts haben, weil das gleiche Symbol benutze. Die muss wieder eine berechenbare Turing-Maschine sein, muss also zeigen, dass sie berechenbar ist. Und sie muss diese Eigenschaft haben, dass wenn wir eine Instanz aus dem Komplement des leeren Halteproblems haben, dann liegt sie genau in TOT, deren Abbildung. Oder wenn wir eine Instanz haben, die nicht im leeren Halteproblem ist, dann liegt ihre Abbildung nicht in TOT. Und diese Konstruktion ist folgende. Gegeben eine Eingabe W, baue eine Turing-Maschine, die unsere Originalmaschine M, das Eingabeproblem für das leere Halteproblem, auf dem leeren Wort für eine endliche Anzahl Schritte simuliert. Und diese endliche Anzahl Schritte könnte zum Beispiel genau die Länge des Wortes, des Eingabewortes sein. Wir erinnern uns, es gibt beliebig viele Eingabeworte, die beliebig lang sind. Für jede natürliche Zahl gibt es ein Wort, mindestens ein Wort von dieser Länge, das wir als Eingabe nehmen können. Und dann simulieren wir diese Maschine für so viele Schritte und wenn sie irgendwo unterwegs einmal anhalten sollte, das wird man ja dann bemerken beim Simulieren, dann geht unsere außenrum konstruierte Turing-Maschine in einen Loop. In einen Loop zu gehen ist einfach. Bei einer Turing-Maschine einen Loop zu bauen ist es trivial. Wenn die Maschine nach W-Schritten noch rechnet, dann halten wir an. Ja, ist das richtig? Huch, kann man mal selber prüfen. So, jetzt bedeutet das, wenn unsere Originalmaschine M, wenn die in dem Komplement des Nullhalteproblems liegt, wenn sie also niemals hält auf dem leeren Wort, dann wird diese konstruierte Maschine immer halten. Denn egal welches Wort W ich hier gebe, sie wird immer für die Länge des Wortes weiter simulieren und danach anhalten. Auf allen möglichen Eingaben hält sie also an. Und die einzige Möglichkeit, nicht in diesem universellen Inhalteproblem zu sein, ist, wenn M genau in H0 quer ist. Wenn sie also nicht anhält auf dem leeren Wort, wenn sie nämlich für alle möglichen Dauern ihrer Berechnung immer noch weiter rechnet. Bevor wir darüber zurückkehren zu unserem großen Satz, warum TOT außerhalb von diesen beiden Klingeln liegt, haben Sie diese Abbildungsreduktion verstanden? Oh, es werden immer mehr Köpfe, die sich bewegen. Dankeschön. Jetzt wissen wir also nach dieser Reduktion, dass auch das Komplement von diesem leeren Halteproblem abbildungsreduzierbar ist auf dieses universelle Halteproblem. Jetzt wissen wir also, dass H0 abbildungsreduzierbar ist auf TOT und H0 quer, H0 Komplement, abbildungsreduzierbar ist auf TOT. Und weil wir jetzt aber schon wissen, dass TOT nicht in R liegen kann, wissen wir damit auch, dass es nicht in RE liegen kann, es muss außerhalb von RE liegen, weil wir gerade eine Sprache, die außerhalb von RE liegt, auf sie reduziert haben. Wir wissen aber auch, dass es nicht hier drüben in dem roten Kreis liegen kann, denn also dieses H0 quer, was wir gerade reduziert haben, liegt ja in dem roten Kreis, aber wir haben ja auch schon gezeigt, dass das H0 darauf reduzierbar ist. Wenn also unser TOT in Co-RE liegen würde, dann würde es in RE und in Co-RE liegen und damit in R und wir wissen schon, dass es nicht in R liegt. Also muss es außerhalb von beiden Kringeln liegen, in dem Rest des Bildes da oben. Und jetzt haben wir also beide Strukturen verwendet, diese Komplementstruktur und die Abbildungsreduktion, um zu zeigen, dass diese bestimmte extrem mächtige Menge, die Menge aller Entscheider, dass die weder rekursiv aufzählbar ist, noch ihr Komplement rekursiv aufzählbar ist. Und damit ist sie sowieso auch schon mal gleich gar nicht entscheidbar. Und die könnten wir jetzt hier noch zu dieser Liste hinzufügen, das habe ich gestern Abend gar nicht mehr gemacht, von lauter Problemen, die Turing-Maschinen alle nicht entscheiden können. Wir können keine universelle Turing-Maschine bauen, die entscheidet, ob eine gegebene bestimmte Turing-Maschine auf einem bestimmten Wort hält. Ob eine gegebene Turing-Maschine auf dem leeren Wort hält. Ob eine bestimmte Turing-Maschine auf einem gegebenen Wort akzeptiert. Ob zwei Turing-Maschinen das Gleiche tun, also die gleiche Sprache erkennen. Ob sie äquivalent zueinander sind. Ob eine Turing-Maschine irgendwas akzeptiert. Ob eine Turing-Maschine sich selbst, also ihren eigenen Code akzeptiert. Oder, und das ist noch nicht auf der Liste, ob eine Turing-Maschine alle Eingaben immer akzeptiert oder verwirft. Wir sehen also, es gibt lauter solche Fragen, die man gerne über Turing-Maschinen stellen möchte, die übrigens ja durchaus praktische Relevanz haben, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist nicht nur so ein theoretisches Gespiele, sondern die übersetzen sich natürlich in sehr konkrete Software-Engineering-Fragen, Software-Testing-Fragen. Ist Ihre Implementierung korrekt? Haben Sie den Code, der Sie geschrieben hat? Tut der das, was er tun soll? Ist er äquivalent zu der Referenz-Implementierung? Hält er immer an? Hat er Bugs? Läuft er uns davon? Läuft er irgendwie unendlich viel Speicher? Diese Art von Fragen? Wird es da einen Overflow geben? Die sind alle von dem Typ, dass wir sie nicht entscheiden können. Und wenn man diese alle so sieht, dann fragt man sich natürlich, gibt es da irgendwie eine Struktur, die das schwierig macht? Also kennt man da irgendwas, es scheint ja ganz schön viele solche Probleme zu geben, die man nicht entscheiden kann. Können wir die irgendwie besser charakterisieren? Und da gibt es einen ganz wunderbaren, beeindruckenden Satz, der stammt von Henry Gordon Rice, von dem es leider kein Foto gibt, sonst würde ich es Ihnen zeigen. Das war offensichtlich jemand, der so ein bisschen nach seiner Promotion verschwunden ist in der Prä-Internet-Zeit, wo noch keine Fotos von Leuten irgendwo gelandet sind, der in seiner Promotion gezeigt hat, dass alle interessanten Fragen, die man über Turing-Maschinen stellen kann, nicht entscheidbar sind. Alle. Und jetzt habe ich den Satz einmal so hingeschrieben, das klingt nach, dem muss ich natürlich noch weiter erklären, was ich hiermit meine, was meine ich mit Eigenschaften, was meine ich mit interessant, aber zunächst mal sollte das einen doch wachrütteln, dass also Turing-Maschinen so kompliziert sind, dass alles, was wir darüber fragen können über sie, unentscheidbare Fragen sind. Was also heißt interessant? In der Sprache des Theorems von Rice heißt interessant erstens semantisch und zweitens nicht trivial. Und diese beiden Worte muss ich jetzt definieren. Zunächst mal der Begriff semantisch. Der hat was zu tun mit der Äquivalenz von Turing-Maschinen. In dem Kontext dieser Vorlesung werden wir uns jetzt interessieren für die Eigenschaften von Sprachen, von Mustern, welche Aussagen über Turing-Maschinen liefern. Also wir interessieren uns für Turing-Maschinen, sorry, wir interessieren uns für Sprachen, die folgende zwei Eigenschaften haben, erstens, drei Eigenschaften, erstens, es werden Sprachen sein, die sich mit Gödel-Nummern beschäftigen, wo also die Eingabe, die Frage in der Sprache immer aus Eingaben besteht, die Gödel-Nummern sind, die also solche spitzen Klammern M, irgendwelche Codes für Turing-Maschinen sind, denn wir möchten Fragen stellen über Turing-Maschinen. Und Sie erinnern sich kurz nochmal, um das Gedächtnis zu rufen, die Gödelisierung hat diese tolle Eigenschaft, dass sie fast sowas ist wie eine bijektive Abbildung, nämlich dass sie prefixfrei ist und dass ihr Urbild entscheidbar ist, dass wir also uns keine Sorgen darüber machen müssen, wenn irgendwo in so einer Sprache da am Anfang sowas steht wie W ist Code einer Turing-Maschine, Komma und. Also alles Spannende passiert immer nach dem Und. Gut, denn ob ein Wort, ein Code einer Turing-Maschine ist, ist entscheidbar, das ist einfach. Das heißt, wir brauchen auch bei Verneinungen, insbesondere bei Komplementbildungen von Sprachen, uns nicht zu interessieren für, wie ist nicht Code einer Turing-Maschine, der Teil ist einfach, den können wir immer entscheiden. So, also wir gehen von Sprachen aus, die Codes von Turing-Maschinen enthalten, da ist übrigens auch noch ein tieferer Grund dahinter, denn alles, was wir heute machen werden, ist im Prinzip eigentlich das Studium von Funktionen und wie kompliziert Funktionen und Mengen auf Funktionen sind und die Tatsache, dass wir da mit Turing-Maschinen arbeiten, ist eigentlich nur so eine kleine Krücke, man könnte das auch anders machen. Es geht im Wesentlichen halt um rekursiv aufzählbare Funktionen. So, und dann werden wir zwei Sachen benutzen, ich werde den Begriff nicht trivial benutzen. Eine nicht triviale Eigenschaft von Turing-Maschinen, steht hier auch nochmal sauber, aber ich sage es Ihnen erstmal als weicheren Satz, eine nicht triviale Eigenschaft von Turing-Maschinen ist eine Eigenschaft, für die es manche Turing-Maschinen gibt, die sie haben und manche, die sie nicht haben. Eine Eigenschaft, die alle Turing-Maschinen haben, ist eine triviale Eigenschaft. Und eine Eigenschaft, die keine Turing-Maschine hat, ist auch eine triviale Eigenschaft. Da brauche ich natürlich nichts zu entscheiden. Da können Sie mich fragen, sage ich, ja, ich gilt immer, ist egal, ich brauche mir gar nicht sagen, welche Turing-Maschine Sie da haben, diese Eigenschaft gilt immer. Oder sie gilt immer nicht. Also, eine nicht triviale Eigenschaft ist eine Eigenschaft, für die es Turing-Maschinen gibt, die sie haben und die sie nicht haben. Das heißt, etwas formaler gesagt, die bilden eine Sprache, die weder leer ist, noch die Menge aller Turing-Maschinen ist. Ja, und die Menge aller Turing-Maschinen ist diese Menge aller Gödel-Nummern, wie Sie wissen, ist diese Menge äquivalent zu den natürlichen Zahlen, dank der Gödelisierung. Ja, also wir können da so ein Mächtigkeitsargument bauen, da steht hier im Prinzip die natürlichen Zahlen. Also es ist weder die klinische Hülle, noch die leere Menge. Wenn das für Sie okay ist, wenn ich das so sage. Ja, genau genommen ist es das hier, aber da Sie wissen, dass die beiden gleichmächtig sind zueinander, ist es gerade wieder wurscht. So, und die zweite Eigenschaft, das hier ist übrigens die einfachere Eigenschaft zu sagen, aber die ist sehr wichtig. Wir werden nachher noch im Beweis merken, dass wir ohne die nicht weiterkommen würden. Und die zweite ist, dass wir über Semantik sprechen. Semantik bedeutet, auch erst wieder kurz als weichen Satz, dann als präzise Formulierung, dass wir über Eigenschaften sprechen, die nur was mit den Mustern in der Sprache zu tun haben. Die also nur was mit den Eigenschaften der Sprachen einer Turing-Maschine haben, welche durch eine Gödel-Nummer kodiert ist, nicht mit ihrer Implementierung. Wir interessieren uns also nicht dafür, wie viele Zustände die Maschine hat, wie viele Sachen sie aufs Band schreibt und so weiter und so weiter, sondern nur, welche Worte sie akzeptiert und welche Worte sie nicht akzeptiert. Das ist Semantik, also die Aussage über Sprachen. Hier ist die formale Definition, eine Sprache heißt semantisch, also Sprachen über Turing-Maschinen heißen semantisch, wenn Sie die Eigenschaft haben, dass wenn zwei Turing-Maschinen äquivalent sind, wenn Sie also die gleiche Sprache akzeptieren, hier oben steht nochmal die Definition von äquivalent, dann sind sie entweder beide in L oder sie sind beide nicht in L. Ja, also wenn die Sprache von M1 gleich der Sprache von M2 ist, dann bilden die eine Äquivalenzklasse und sie liegen entweder gemeinsam in L oder sie liegen gemeinsam nicht in L. Okay? Ehrlich gesagt, wenn Sie diesen Teil der Definition hier verstanden haben, haben Sie den schwersten Teil des Satzes von Weiß schon fast schon umgriffen. Denn danach machen wir nur noch Sachen, die wir eigentlich schon gemacht haben, nämlich Abbildungsreduktion. Also die Aussage dieses Satzes ist, jedes semantische, nicht triviale Entscheidungsproblem ist unentscheidbar. Alle nicht-trivialen Eigenschaften von Turing-Maschinen, die sich auf ihre Sprachen beziehen, sind unentscheidbar. Dazu gehören so Beispiele wie die, die wir jetzt schon gesehen haben. Das leere Halteproblem und so. Das leere Halteproblem ist zum Beispiel die Frage, enthält die Sprache dieser Maschine das leere Wort? Das ist offensichtlich eine Aussage über die Sprache der Maschine, also eine semantische Aussage. Und sie ist auch offensichtlich nicht trivial, denn es gibt Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort halten und es gibt Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort nicht halten. Das ist also ein Beispiel für eine Aussage dieses Satzes. Aber es ist Ihnen wahrscheinlich klar, dass es ganz schön viele mehr solche Probleme gibt. Übrigens, dieser Satz, so wie er hier steht, den kann man auf verschiedene andere Arten Weisen formulieren. Das machen wir jetzt noch vor der Pause und dann gucke ich mal, ob ich danach noch einen Teaser mache, wie der Beweis aussieht. Zunächst mal können wir Ihnen natürlich selber uns diesen Satz hier für uns einmal logisch umstellen, ohne woanders nachzulesen. Der Satz sagt insbesondere auch, alle entscheidbaren semantischen Probleme, also alle entscheidbaren Eigenschaften von Turing-Maschinen sind trivial. Also alle entscheidbaren Eigenschaften von semantischen Eigenschaften von Turing-Maschinen sind Eigenschaften, die entweder alle Turing-Maschinen haben oder die keine einzige Turing-Maschine hat. Eine andere Art, diesen Satz zu formulieren, stammt hier, so steht sie, im Sipser. Sei P eine Eigenschaft rekursiv aufzählbarer Sprachen, also eine Eigenschaft von Turing-Maschinen, denn rekursiv aufzählbare Sprachen sind ja direkt äquivalent zu der Menge der Turing-Maschinen. Wenn P nicht trivial ist, das heißt, also nicht alle und auch mindestens eine Sprache haben die Eigenschaft, dann ist nicht entscheidbar, ob die Sprache einer bestimmten Turing-Maschine M diese Eigenschaft P hat. Das ist eine längere Formulierung dessen, was da oben steht, wo man sich halt quasi die Definition von Semantik direkt im Satz drinsteht. Macht ihn ein bisschen länger, dafür steht es alles auf einmal auf der Slide. Ansonsten ist es genau gleich. Der Schöning, das deutsche Lehrbuch, abstrahiert gleich das Konzept von Turing-Maschine weg und spricht direkt über Mengen, Teilmengen der rekursiven Sprachen. Und sagt, sei es eine beliebige Teilmenge der rekursiven Sprachen, also der Länge nach aufzählbaren Mengen, die weder die leere Menge noch die ganze Menge ist, also die nicht trivial ist, dann ist die Sprache L-S, die Sprache der Teilmenge S, das ist die Menge aller Gödel-Nummern, deren Funktion nicht oder in S liegen, also sowohl, sorry, die in S liegen, das Komplement davon wäre L-S, ist unentscheidbar. Übrigens, ne, aus den vorherigen Teilen der Slides von vorher, das heißt auch, dass das Komplement unentscheidbar ist. Das heißt, das, was wir da jetzt hier heute machen, das ist vielleicht für manche von Ihnen hilfreich, ist eigentlich keine Aussage über Turing-Maschinen, es geht hier nicht darum, dass irgendwas mit einer Maschine auf eine bestimmte Art und Weise mit Band und Zustand nicht geht, sondern es ist eine Aussage über, es ist eine Feinstrukturaussage, wenn Sie so möchten, über diese der Länge nach aufzählbaren Mengen, dass da drin diese Strukturen liegen, die man selber nicht entscheiden kann. Das ist also noch quasi eine Verfeinerung dieses Diagonalarguments, das wir für die rekursiv aufzählbaren und die überabzählbaren Mengen hatten. Die rekursiv aufzählbaren Mengen sind abzählbar und dann hat man da drüber die überabzählbaren Mengen und jetzt haben wir da drin so eine Feinstruktur, die nochmal sagt, diese Teilmengen von der Länge nach aufzählbaren Mengen, die sind nicht der Länge nach aufzählbar. Okay, jetzt ist es ziemlich genau elf, deswegen mache ich einfach jetzt hier die Pause, aber ich gebe Ihnen mit als Gedanken, wenn Sie den Raum haben dafür in der Pause, in Ihren zehn Minuten, überlegen Sie mal, wie man sowas zeigt, wie man so einen Satz zeigt und wenn Sie das nicht direkt gleich so wissen, ist okay, hat ja auch eine ganze Promotion gebraucht von Herrn Rice, aber überlegen Sie mal, warum es schwer ist, das zu zeigen. Das hat was mit der Allgemeinheit dieser Aussage zu tun. Okay, und dafür gebe ich Ihnen erstmal zehn Minuten Zeit, bis gleich. Okay, wir machen weiter. Wir möchten also zeigen, dass alle nicht trivialen Eigenschaften von Sprachen von Turing-Maschinen, also alle nicht trivialen, semantischen Eigenschaften von Turing-Maschinen, unentscheidbar sind. Und wie zeigen wir das? Naja, erstmal klingt das schwierig, weil es ist ja eine sehr abstrakte, wir wissen ja gar nicht, über welche Eigenschaft wir da reden, für jede solcher Eigenschaft gilt das. Wir können nur die Tatsache, dass etwas semantisch und nicht trivial ist, das müssen wir ausnutzen können in unserem Beweis. Und jetzt verrate ich Ihnen, der Trick wird sein, wir bauen tatsächlich eine Abbildungsreduktion. Und zwar bauen wir eine Abbildungsreduktion vom leeren Halteproblem oder vom Komplement des leeren Halteproblems auf unsere Sprache, von der wir zeigen möchten, dass sie nicht entscheidbar ist und von der wir aber nur wissen, laut Satz, das ist semantisch und nicht trivial ist. Alles andere wissen wir nicht. Also, unsere Aufgabe wird sein, wir bauen einen Beweis, der besteht aus einer Reduktion von dieser Sprache oder von dieser Sprache, also der Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort anhalten oder der Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort nicht anhalten, auf eine semantische, nicht triviale Sprache. Und damit ist diese semantische, nicht triviale Sprache auch nicht entscheidbar. Und die Herausforderung wird jetzt also sein, dass wir ja gar nicht nur diese beiden Eigenschaften haben, nur Semantik und nicht trivialität. Aber wir wissen ja, dass es eine Sprache von Turing-Maschinen ist, das heißt, dass die Eingaben immer Turing-Maschinen sind. Wir werden also immer Manipulationen auf Turing-Maschinen machen. Und darauf wird sie hinauslaufen. Und jetzt gibt es ein technisches Detail, das sage ich Ihnen vorneweg, und es hat sogar eine ganz interessante Struktur, nachdem wir jetzt diesen Beweis über RE und Co-RE gemacht haben, nämlich es gibt zwei Fälle für diesen Beweis. Und der hängt damit zusammen, oder der kann man darauf aufhängen, ob unser, und das hängt damit mit der Beweistechnik zusammen, mit der Reduktion auf diese oder diese Menge, dass wir schauen müssen, ob für unsere Sprache, für die wir uns interessieren, von der wir zeigen wollen, dass sie nicht entscheidbar ist, von der wir nur wissen, dass sie semantisch und nicht trivial ist, da müssen wir gucken in der Sprache und schauen, ob sie die Maschine enthält, deren Sprache das leere Wort ist. Oder vielleicht präziser gesagt, die Äquivalenzklasse aller Turing-Maschinen, sorry, nicht das leere Wort, die Äquivalenzklasse aller Turing-Maschinen, welche eine leere Sprache haben, die also kein Wort akzeptieren. Warum, naja, Sie ahnen schon vielleicht, wenn Sie mal überlegen, die Turing-Maschine, die auf keinem Wort akzeptiert, auf keinem Wort akzeptiert, die kann, ist vielleicht schwieriger auf das eine oder andere zu reduzieren, weil sie auf verschiedene Arten und Weisen nicht akzeptieren kann. Sie kann entweder verwerfen oder immer weiterlaufen. Und dann werden wir einmal auf das eine und einmal auf das andere reduzieren. Und damit zeigen wir, dass die Sprache, die uns da interessiert, dass sie entweder in RE liegt oder in Co-RE, aber in beiden Fällen in den Teilen, die nicht mit R koinzidieren. Und das reicht uns dann. Also, jetzt legen wir einfach los und machen diesen Beweis. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Fall. Dieser erste Fall ist der, in dem die Äquivalenzklasse aller Turing-Maschinen, die eine leere Sprache haben, Teil unserer Sprache ist. So, jetzt warme ich schon mal vor, weil das so ein abstraktes Spiel ist, das wir hier treiben, werde ich jetzt von lauter so genesteten Hierarchien von Turing-Maschinen reden und deren Sprachen und den Sprachen von den Sprachen und den Sprachen von den Spuring-Maschinen, die Sprachen haben. Ich entschuldige mich dafür. Leider ist die Struktur halt so. Also, kurz zur Erinnerung, bevor wir loslegen. Wir möchten zeigen, gegeben eine Sprache, welche eine Aussage über die Menge der Turing-Maschinen ist, welche die Eigenschaft hat, dass manche Turing-Maschinen drin liegen, manche Turing-Maschinen nicht entscheidbar ist und dazu können wir annehmen für den Beweis, dass wir diese Sprache konkret haben, dass sie existiert, dass sie uns gegeben wurde. Die Frage ist also, diese Sprache L, welche semantisch und nicht trivial ist, zeige, dass die nicht entscheidbar ist. Dann schauen wir zunächst mal nach und fragen, enthält diese Sprache die Turing-Maschinen, die eine leere Sprache haben? Das ist eine ganze Äquivalenzklasse, die alle, weil sie semantisch ist, alle zusammen in der Sprache drin sind oder alle nicht in der Sprache drin sind. Wenn sie alle drin sind, dann machen wir den Beweis folgendermaßen. Wir haben unsere Sprache L, sie ist semantisch und nicht trivial. Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die ist nicht, also mindestens eine Turing-Maschine, die ist nicht in der Sprache und ich nenne diese Turing-Maschine M0. Dieses M0 wird jetzt für zwei Slides verschwinden und dann wird es wieder auftauchen. Ich sage, es bleibt noch der Slide drauf, aber es wird dann gleich nochmal in drei Minuten, wenn ich ein bisschen weitergeredet habe, wieder auftauchen. Wir haben also eine Turing-Maschine, die ist nicht in der Sprache und wir haben auch eine Turing-Maschine, die ist in der Sprache. 0 und 1, draußen und drin. Und wir gehen zunächst für den ersten Teil des Beweises davon aus, dass die Turing-Maschinen, die leere Sprache haben, auch in L drin liegen. Und danach machen wir noch die Variante, wenn sie nicht drin sind. Eins von beiden ist ja immer wahr. Jetzt produzieren wir eine, wir konstruieren eine Reduktion, in diesem Fall, für diesen Fall, des Komplements des Nullhalteproblems. Das heißt, das ist die Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort nicht anhalten. Für immer weiter rechnen. Also im Folgenden nehmen wir an, es gäbe eine Turing-Maschine für diese Sprache L, für die wir uns interessieren, die ein Entscheider ist. Wir wollen zeigen, dass es diese entscheidende Turing-Maschine nicht geben kann, indem wir das Komplement des Nullhalteproblems reduzieren auf dieses Problem. Und dazu müssen wir, wie am Anfang der Vorlesung heute, eine Abbildungsreduktion bauen. Das heißt, wir müssen erstens eine Turing-Maschine explizit bauen, die die Abbildung macht. Und dann müssen wir zeigen, dass diese Abbildungen genau diese Homomorphismus-Struktur haben, die uns da interessiert. Also, wir bauen eine Turing-Maschine, die kriegt als Eingabe eine Gödel-Nummer. Also eine bestimmte Turing-Maschine, nennen wir sie N. Und die ist eine Instanz des Komplements des Nullhalteproblems. Das heißt, unsere Frage ist, ob sie auf dem leeren Wort anhält oder nicht. Wenn sie nicht anhält, dann ist sie in H0 quer drin. Wenn sie anhält, dann ist sie in H0 drin. Also nicht in H0 quer drin. Und mit der machen wir jetzt was. Wir bauen aus der eine neue Turing-Maschine. Das ist unsere Abbildung für die Abbildungsreduktion. Und die füttern wir dann in diesen scheinbar existierenden Entscheider für die Sprache L, die semantisch und nicht trivial ist, aber mehr wissen wir von ihr nicht. Diese Struktur soll sie also nachher haben, danach suchen wir. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt ist unsere Frage quasi, wie kann diese Turing-Maschine aussehen? Wir kriegen ein N rein. Es interessiert uns, ob dieses N auf dem leeren Wort anhält oder nicht. Und wir müssen irgendwie eine neue Turing-Maschine bauen, die etwas mit dieser abstrakten Sprache L zu tun hat. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie die Turing-Maschine aussieht. Und Sie werden sich erinnern, dass die so ganz ähnlich aussieht, wie manche, die wir schon bei den Reduktionen gesehen haben. Mit einem Kniff im zweiten Schritt. Wir bauen diese Turing-Maschine so, die sieht so aus. Auf Eingabe-Code einer Turing-Maschine. Bau eine neue Turing-Maschine, die auf beliebigen Eingaben Z folgendes macht. Und zwar am Anfang immer das Gleiche. Sie simuliert erst unsere Eingabe-Turing-Maschine N auf dem leeren Wort. Und wartet, was passiert. Wenn diese Simulation fertig ist, sofern sie denn jemals fertig wird, fängt sie danach an und berechnet die Ausgabe von M0 auf Z. Sie erinnern sich, M0 ist eine Turing-Maschine, die nicht in der Sprache drin ist. Da oben steht es nochmal. Wir wissen, dass es so eine Turing-Maschine gibt, weil unsere Sprache nicht trivial ist. So, und jetzt gibt unsere Turing-Maschine die Gödel-Nummer dieser Maschine aus und fragt den hypothetischen Entscheider für L, liegt diese Maschine, die ich gerade gebaut habe, liegt die eigentlich in L oder nicht? Warum? Weil dieser Code dieser Turing-Maschine, der hat folgende Eigenschaften. Habe ich die auf der nächsten Slide? Die habe ich auf der nächsten Slide. Okay, vielleicht bevor wir die, na ne, ich gehe auf die nächste Slide und zeige Ihnen die Eigenschaften und dann gehen wir zurück zu den Bemerkungen. Vielleicht ist das der bessere Fluss. Die Eigenschaft dieser neu konstruierten Turing-Maschine ist, wenn unsere Eingabe N in, also unsere Turing-Maschine, von der wir uns dafür interessieren, ob sie in dem Null-Halte-Problem drin liegt oder nicht, wenn die nicht im Null-Halte-Problem liegt, also im, sorry, nicht in seinem Komplement, also im Null-Halte-Problem liegt, wenn sie also auf dem leeren Wort anhält, dann nudelt unsere Turing-Maschine, die neue, die wir gebaut haben, am Anfang durch diese Rechnung durch und dann hält sie an und dann führt sie die Berechnung von M0 durch. Das heißt, egal was die Eingabe Z ist, sie wird eine Entscheidung treffen, die, oder sie wird, sorry, sie wird sich verhalten auf eine Art und Weise wie eine Maschine, die nicht in der Sprache liegt. Sie wird also entschieden nicht in L sein. Und wenn unsere Turing-Maschine in H0 quer liegt, wenn sie also auf dem leeren Wort nicht anhält, dann ist dieser erste Teil unserer simulierten Turing-Maschine so, dass sie noch nie anhält. Das heißt, die ganze Turing-Maschine hält nie an. Das heißt, sie verhält sich nicht so wie M0 und deswegen können wir entscheiden, dass sie in der Sprache liegt. Ist das okay? Ich habe schon ein bisschen dreimal ums Eck gedacht, aber ja. Kein Problem, wir machen den Beweis gleich noch ein zweites Mal, deswegen können wir jetzt so einmal drüber springen und gucken, ob wir ihn noch mal danach besser verstehen. Kurz, aber jetzt zurück zu meinen Bemerkungen. Ich habe gesagt, Abbildungsreduktionen, das ist ja eher so die Frage, die Ihnen auch mal tatsächlich in der Klausel gestellt werden kann, Abbildungsreduktionen bestehen immer aus diesen zwei Schritten. Sie müssen zeigen, dass die Abbildung berechenbar ist und dann müssen Sie zeigen, dass sie ein Homomorphismus ist, dass sie diese Eigenschaft hat, wie hier vorher stand, die da unten, dass sie die da unten hat. Also erstmal checken, dass die überhaupt berechenbar ist. Dieser Prozess hier, der ist so abstrakt, dass vielleicht man schnell vergisst, was da genau passiert ist. Also, was wir hier tun ist, wir kriegen den Code einer Turing-Maschine als Eingabe und dann konstruieren wir eine neue Turing-Maschine, welche explizit diesen Code benutzt und außerdem den Code von M0, von dem wir wissen, dass er existiert und dass er nicht in der Sprache liegt. Und diese Maschine wird aber niemals tatsächlich berechnet, die läuft nie, sondern wir interessieren uns nur für ihren Programmcode. Und diesen Programmcode, den füttern wir dann in den potenziellen Entscheider für L. Es geht also nicht darum, ob diese Maschine immer läuft oder nicht. Sorry, ob sie ewig läuft, ob sie hält oder nicht, sondern es geht darum, was diese Maschine für Eigenschaften hat, was ihre Sprache ist. Denn, wenn sie denn bis dahin kommt, dann ist ihre Sprache ja genau die Sprache M0, die Sprache von M0. Und jetzt können Sie sich erstmal fragen, geht das denn überhaupt? Und natürlich geht das, das könnten Sie ja auf Ihrem Computer auch machen. Ich kann Ihnen eine Funktion geben, eine Turing-berechenbare Funktion, ein Stückchen C++-Code, und dann können Sie außenrum eine Funktion schreiben, die sagt, wir geben eine Eingabe, füttere diese Eingabe an diese Funktion da drin, und dann lasst bitte außenrum den C++-Compiler laufen und gebt mir den kompilierten Maschinencode für diese Funktion, die diese Closure macht. Das ist das, was hier passiert. Für diejenigen von Ihnen, die eher in tatsächlichem Code denken möchten. Übrigens, wenn Sie sich fragen, wann da irgendwann mal so ein richtiger Programmcode kommt, while und for und so weiter, kommt. Wenn wir mal abwarten, noch eine bis anderthalb Wochen, wir kommen da hin. So. Okay, also, wir benutzen diesen Programmcode und übrigens, wir benutzen diesen Programmcode quasi direkt bei der Konstruktion der Maschine. Also wir füttern ihn als Eingabe in den Compiler, der eine neue Funktion baut. Und dieser Compiler, das ist dieser Götalisierungsmaschine, die dann den Code für die universelle Turing-Maschine baut. Okay, jetzt können wir kurz vielleicht den Beweis noch einmal, macht es Sinn? Ich habe Ihnen jetzt im Prinzip gerade schon gesagt, jetzt ist es so. Also unsere, diese Konstruktion führt dazu, dass für den Fall, dass die Turing-Maschinen mit der leeren Sprache in L liegen, wir eine Reduktion von H0-Komplement auf unsere Sprache L finden können. Und da wir wissen, dass H0-Komplement in Q, R, E ohne R liegt, also dass es nicht entscheidbar ist, ist deswegen unsere Sprache L auch nicht entscheidbar. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung, hier steht es, also hier ist die Reduktion, wird auch die Slide zeigen können, nicht so wichtig. Also der entscheidende Teil in diesem Beweis ist, dass wir die beiden Eigenschaften verwendet haben, die Semantik und die Nicht-Trivialität. Vielleicht kurz zur Frage, zum Checken, haben Sie mitverfolgt, wo haben wir die Nicht-Trivialität benutzt in diesem Beweis? Genau, dadurch, dass wir diese Sprache M0 benutzt haben. Wir haben gesagt, es gibt eine Turing-Maschine M0, die nicht in der Sprache ist. Das wissen wir, das geht nur bei Nicht-Trivialen Sprachen. Und wo haben wir die Semantik benutzt? Genau, wir benutzen die Semantik, weil wir hier drin genau diese eine Turing-Maschine M0 benutzen in der Konstruktion unserer Maschine. Und das heißt, dass es quasi egal ist, ob es noch andere Maschinen gibt, die auch nicht in der Sprache sind, die irgendwie anders rechnen. Wegen der Semantik geht es nur um das Z. Und nicht darum, welche Maschine genau wir benutzt haben. Okay, so, und jetzt können wir im Prinzip, könnte ich jetzt den ganzen Beweis einfach nochmal machen und nochmal 15 Minuten dafür verwenden. Schauen wir mal, ob ich den eher in 5 Minuten mache. Denn jetzt gibt es ja quasi noch den zweiten Fall, dass die Turing-Maschinen, welche eine leere Sprache haben, nicht in der Sprache sind. In diesem Fall machen wir auch eine Reduktion, aber diesmal nicht vom Komplement des leeren Halteproblems, sondern vom Null-Halteproblem direkt auf unsere Sprache L. und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die genau gleichen Slides wie vorher nochmal und habe farbig genau den Teil geheiltet, der sich ändert. Und Sie können jetzt einfach nochmal zuhören, wenn Sie wollen. Also, angenommen, man gebe mir eine semantische, nicht triviale Sprache. Das heißt, es gilt wie vorher, es gibt eine Turing-Maschine mindestens, die drin ist und eine mindestens, die nicht drin ist. Die, die nicht drin ist, heißt M0, die, die drin ist, heißt M1. Außerdem nehmen wir jetzt an, das ist anders, dass die Turing-Maschinen mit leerer Sprache in der Sprache sind, in L sind. Wir konstruieren jetzt eine Reduktion vom Nullhalteproblem, also von der Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort anhalten, auf unsere Sprache L. Wir suchen also nach einer berechenbaren Abbildung von Gödel-Nummern auf Gödel-Nummern, von Turing-Maschinen auf Turing-Maschinen, also eine Turing-Maschine, welche gegeben eine Turing-Maschine eine neue Turing-Maschine baut, welche die Eigenschaft hat, dass sie berechenbar ist und zweitens, dass sie diese Homomorphismus-Eigenschaft hat, dass also alle Turing-Maschinen, die in H0 sind, die also auf dem leeren Wort anhalten, in der Sprache L liegen und umgekehrt alle Turing-Maschinen, die nicht in H0 sind, nicht in der Sprache L liegen. Da ist eine Frage. Moment. Oh, Sie haben recht. Okay, hier ist der Tippfehler. Jedes Mal gibt es einen Tippfehler. Das ist letztes Mal, als ich diese Vorlesung gehalten habe. War schon mal genau. Da habe ich schon ein paar Fehler rauskorrigiert. Jetzt ist noch mal noch einer drin. Also machen wir ihn so. Okay. Holen wir wieder zurück. Wir müssen also diese Turing-Maschine bauen. Wir müssen zeigen, dass wir sie bauen können und dass sie diese Eigenschaft hat. Wir bauen sie, genauso wie vorher, nur ersetzen wir in dieser Konstruktion genau eine 0 durch eine 1. Wir sagen, gegeben eine Eingabe N, von der wir wissen möchten, ob sie im Halteproblem liegt, ob sie also anhält auf dem leeren Wort, simuliere diese Turing-Maschine auf dem leeren Wort, lass sie laufen. Sollte sie jemals halten, dann mache danach die Rechnung von M1 auf einer Eingabe Z. Verhalte dich also, sofern die Maschine MN anhält, wie eine Maschine, die in der Sprache liegt. Und dann gilt, dass alle Maschinen, die im Halteproblem liegen, neue Turing-Maschinen konstruieren, die in der Sprache liegen. Und alle Turing-Maschinen, die nicht im Halteproblem liegen, die liegen nicht in der Sprache, weil sie nämlich niemals zu diesem Punkt kommen, wo sie sich so verhalten wie in eins. Und wenn sie sich so verhalten, das habe ich vorher vergessen, ein bisschen klarer zu machen, also mal angenommen, N liegt nicht in H0, es hält nicht auf dem leeren Wort an, dann wollen wir ja, dass es nicht in der Sprache L liegt. Warum liegt diese Maschine nicht in der Sprache L? Warum verhält sie sich wie eine Turing-Maschine, deren Sprache nicht in L ist? wegen dieses grünen Teils da oben. Denn die Sprache dieser Turing-Maschine ist ja genau die leere Sprache. Denn diese konstruierte Turing-Maschine, die akzeptiert überhaupt keine Eingabe Z, weil sie, bevor sie anfängt auf Z zu arbeiten, immer erst mal was Unendliches macht und ewig weiterläuft. Also wird sie nichts akzeptieren, also verhält sie sich genauso wie die Turing-Maschinen, die nichts in der Sprache liegen. Okay, gut, und jetzt den Teil müsste ich jetzt nochmal vorlesen, das habe ich jetzt gerade eben schon gesagt, das müsste ich quasi genau nochmal sagen, was ich gerade gesagt habe, Sie können diese Slide für später, wenn Sie sich auf die Klausur vorbereiten, nochmal so durchlesen, da werden Sie das dann finden. Also, mit diesem Theorem haben wir jetzt gerade gezeigt, alle Sprachen von Turing-Maschinen, also alle Eigenschaften von Turing-Maschinen, Entschuldigung, alle Sprachen auf dem Raum der Turing-Maschinen, welche die Eigenschaft haben, dass sie semantisch und nicht trivial sind, nochmal zur Wiederholung, semantisch heißt, dass sie nur Aussagen über die Sprachen der Turing-Maschinen sind, nicht über deren Implementierung, und nicht trivial sind, das heißt, sie sind nicht entweder gültig für alle Turing-Maschinen oder für gar keine, sind unentscheidbar. Das heißt, anders formuliert, heißt, alle entscheidbaren semantischen Eigenschaften von Turing-Maschinen sind trivial, sie gelten entweder für alle Turing-Maschinen oder für gar keinen. Allerdings gilt nicht die Umkehr, also alle unentscheidbaren Sprachen sind nicht notwendigerweise semantisch und nicht trivial. Sie sind natürlich nicht trivial, denn wenn sie trivial wären, dann könnte man den Entscheider ja einfach hinschreiben, aber sie sind nicht notwendigerweise semantisch. Es gibt durchaus auch unentscheidbare Eigenschaften von Turing-Maschinen, die nichts mit der Semantik zu tun haben. Über die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in der Vorlesung noch reden. Eigentlich wollte ich diese, das sind die Fragen, die irgendwas mit der Berechenbarkeitsseite von Komplexität zu tun haben. Für diejenigen, die schon mal ein bisschen vorausgespiegelt haben, das Stichwort heißt Komogorow-Komplexität, das haben Sie auch schon mal von Busy Beaver gehört, also Fragen von wie lange Turing-Maschinen eigentlich laufen, wie viel Platz sie auf dem Band brauchen, wie kurz ihr Computerprogramm sein kann, wie kurz ihre Gödel-Nummer sein kann und so, die können durchaus auch unberechenbar sein, teilweise sind sie sogar noch schwerer, aber dieser Satz sagt nichts über sie aus, er sagt nur was über semantische Eigenschaften aus. Ich wollte diese Arten von Komplexitätsfragen eigentlich am Ende der Berechenbarkeit machen, ich habe jetzt aber beschlossen, sie am Ende der Vorlesung zu machen, das gibt uns die Möglichkeit, etwas, was für die Klausur wichtig ist, vorher zu machen, sodass wir doch ein Übungsblatt dazu machen können und das nicht erst ganz zum Schluss kurz vor der Klausur kommt und dann machen wir diese Komplexitätsfragen da, kurz vor der Klausur und dann sind sie nicht mehr so kritisch relevant. Das war der Satz, den ich Ihnen heute mitgeben wollte, es sind also ganz viele Eigenschaften von Turing-Maschinen, welche Fragen über die Eigenschaft der Maschine sind und nicht so sehr über eine Sprache als solche, sondern eben eine Sprache, die aus Turing-Maschinen besteht, also Eigenschaften von Turing-Maschinen beschreibt, Muster auf Turing-Maschinen, alle unentscheidbar sind, außer den Trivialen. Für diejenigen von Ihnen, die diesen Beweis relativ einfach fanden und die jetzt noch so ein bisschen so ein Kitzel im Kopf verspüren möchten, Sie brauchen dem nächsten 33 Sekunden nicht zuhören, wenn es jetzt schon zu schwer war, bemerken Sie, dass diese Aussage etwas über R ist, also über das Nicht-in-R liegen oder anders gesagt, ich könnte diesen Satz ja auch formulieren als alle entscheidbaren Sprachen, alle entscheidbaren Eigenschaften von Turing-Maschinen sind trivial. Es ist also eine Aussage über die entscheidbaren, es ist ein Satz über R und nicht über RE. Wir haben aber hier eine Abbildungsreduktion benutzt in diesem Beweis und Sie haben ja vorher schon Beispiele gesehen, wie man mit Abbildungsreduktionen auch Aussagen über die größere Menge RE bauen kann. Damit steht die Frage für Sie im Raum, wenn Sie darüber nachdenken möchten, ob es auch eine Erweiterung dieses Satzes für RE gibt. Können wir auch etwas Aussagen über die rekursiv-aufzählbaren Mengen? Sorry, die rekursiv-aufzählbaren Mengen. Und diesen Satz gibt es tatsächlich, ich werde ihn nicht beweisen, und der heißt der Satz von Rice Shapiro, der eine sehr interessante Aussage, wenn Sie in Ruhe darüber nachdenken möchten, über Turing-Maschinen liefert, nämlich, dass alle semi-entscheidbaren Eigenschaften von Turing-Maschinen durch eine endliche Menge an Werten charakterisierbar sein kann. Nicht trivial, also es ist nicht eine einzige Eigenschaft, sondern etwas Ähnliches. Es gibt quasi eine abstraktere Beschreibung dafür, dass diese bestimmte Eigenschaften von Turing-Maschinen, die semi-entscheidbar sein sollen, haben möchten, dass die dann auf einem ähnlichen Aspekt von Mengen von Turing-Maschinen bestehen muss. Wenn Sie da mehr drüber lesen möchten, googlen Sie mal Rice Shapiro. Ist aber nicht relevant für die Klausur, wenn Sie sich darüber Sorgen machen. So, jetzt machen wir noch ein Beispiel dafür, warum dieser Satz eigentlich relevant ist, was man damit anfangen kann, denn natürlich wird da vielleicht auch eine Übung vorkommen, deswegen vielleicht auch eine Klausur oder so, und es ist natürlich auch tatsächlich ein sehr hilfreicher Satz, den Sie vielleicht sogar eines schönen Tages mal in Ihrer Berufspraxis mal einsetzen müssen. Da kommt irgendjemand und sagt, kannst du da nicht mal ein Programm schreiben, das das und das macht? Und dann können Sie sagen, nee, geht nicht nach dem Satz von Rice, weil was Sie da gerade gefragt haben, ist das eine Aussage über eine Eigenschaft von Turing-Maschinen und die kann man im allgemeinen Fall überhaupt nicht berechnen. Warum? Weil diese Aussage, die Sie da entschieden haben wollen, die ist semantisch und nicht trivial. Hier ist ein Beispiel für eine semantisch nicht triviale Eigenschaft von Turing-Maschinen, die ich sogar schon letzte Woche, am Dienstag sogar schon am Ende auf den Reduktions-Slides hatte und dann nicht mehr gemacht habe, weil ich keine Zeit mehr dazu hatte. Jetzt können wir sie ganz schnell und ganz einfach beweisen, weil sie mit dem Satz von Rice quasi ein Einzeiler ist. Die Menge aller Turing-Maschinen, welche die Eigenschaft haben, dass ihre Sprache regulär ist, ist nicht entscheidbar. Was heißt das? Wir können eine gegebene Turing-Maschine nicht angucken und entscheiden, ob sie äquivalent ist zu einem endlichen Automaten, ob sie eigentlich den regulären Ausdruck erkennt. Weil die Menge der Turing-Maschinen so komplex ist, dass man da drin auch das Verhalten eines endlichen Automaten echt gut verstecken kann und deswegen noch nicht mal mehr erkennen kann, ob eine gegebene Turing-Maschine eigentlich was ganz Einfaches ist. Sie können nicht erkennen, ob ihr Laptop eigentlich eine Waschmaschine ist. So, warum ist das nicht entscheidbar? Naja, weil es ist eine Aussage, die semantisch und nicht trivial ist. Zunächst mal, warum ist sie nicht trivial? Naja, es gibt natürlich Turing-Maschinen, deren Sprache regulär ist. Warum? Weil alle endlichen Automaten sind ja auch Turing-Maschinen. Das ist ein Spezialfall von Turing-Maschinen. Also gibt es Turing-Maschinen, deren Sprache regulär ist. Es gibt aber auch Turing-Maschinen, deren Sprache nicht regulär ist. Sie erinnern sich an diese Sprache 0 hoch N, 1 hoch N, zählen, die ist nicht regulär und natürlich kann man die mit einer Turing-Maschine erkennen. Man kann sie ja sogar mit einem Kellerautomaten erkennen. Also gibt es Sprachen von Turing-Maschinen, die in dieser Menge sind und Sprachen, die nicht drin sind. Es gibt Turing-Maschinen, die drin sind und Turing-Maschinen, die nicht drin sind. Und hier habe ich dahingeschrieben, die Eigenschaft ist per Definition semantisch. Was ich damit meine ist, hier oben in der Definition steht ja L von M. Da steht ja schon, die Aussage ist eine Aussage über die Sprache der Turing-Maschine. Es geht nur über L von M. Es geht überhaupt nicht darum, wie viele Zustände M hat oder was weiß ich, welches Alphabet ist benutzt oder so. Es geht nur, welches Bandalphabet, es geht nur um L von M. Also ist es eine semantische, nicht triviale Aussage und deswegen nicht entscheidbar. Und genau das Gleiche gilt übrigens auch für zum Beispiel kontextfreie Sprachen. Da geht genau das Gleiche. Sie können hier einfach Wort für Wort ersetzen. Denn Kellerautomaten sind eine Teilmenge der Turing-Maschinen. Es gibt aber auch Sprachen von Turing-Maschinen, welche Kellerautomaten nicht erkennen können. Also gibt es Turing-Maschinen, die nicht in dieser Menge sind und es gibt Turing-Maschinen, die in dieser Menge sind. Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, dass es nicht entscheidbar ist, ob ein bestimmtes Problem mit endlichem Speicher gelöst werden kann. Ob also eine Sprache, die Sie hinschreiben, die mit einer Turing-Maschine implementiert ist, ob die auch durch einen endlichen Automaten oder durch einen Kellerautomaten entscheidbar wäre, der dann also einen endlichen Speicher hätte. Das heißt, wenn Ihnen jemand eine Programmieraufgabe gibt und sagt, hier ist ein Computerprogramm, ich habe hier irgendwie so eine tolle Implementierung, hat der Kollege vor drei Jahren geschrieben mit Java, die braucht aber echt viel Speicher, die hat irgendwie so ein Memory-Leak, kann man die nicht mal umschreiben, damit die nur noch maximal fünf Megabyte Cache braucht, dann ist im Allgemeinen geht das nicht. Es kann keine allgemeine Turing-Maschine schreiben, die solche Aufgaben immer löst. Also immer sagt, ja geht, geht nicht. Sie können natürlich sich den konkreten Code angucken und sagen, wenn ich da so kehren mir die Augen drauf, ja da fällt mir irgendein Trick bei auf, nachdem ich es verstanden habe, für diesen einen Code. Aber im Allgemeinen geht es mit Sicherheit nicht. Sie können auch nicht checken, ob Ihre Methode irgendwann einen Memory-Overflow haben wird. Gegeben ein angebendes Stück Code können Sie nicht sagen, wenn Sie das laufen lassen, das braucht beliebig viel Speicher. Sie können es für ein konkretes Programm machen, aber vielleicht, aber nicht für alle, allgemein. Und deswegen können Sie allgemeines Problem, wenn Sie so möchten, von Software-Verification nicht lösen, denn das sind ja quasi Spezialfälle von Verification-Fragen. Das heißt, diese theoretische Analyse, und ich weiß, sie ist sehr trocken, ist trotzdem eine sehr konkrete Bedeutung für die Realität. Vorher war jemand bei der Pause da und hat gefragt, wie kann denn eine Turing-Maschine in einem entlichen Loop gehen? Das geht ja irgendwie nur so, die Beispiele, die ich mir ausdecken kann, sind so langweilig. Ich kann im Prinzip nur, naja, ich kann halt eine Turing-Maschine bauen, die einen Zustand hat, der gegeben, wenn ich in den Zustand bin, dann habe ich ein Zustandsdiagramm, so eine Schleife, die zurück zu dem Zustand geht und dann schreibt er halt immer X auf Band und fährt eins nach rechts. Das ist eine unendliche Schleife, aber das ist ja langweilig, das kann ich doch irgendwie klar detektieren. Ja, das stimmt, aber Sie können eben nicht allgemeine Eigenschaften von Turing-Maschinen so detektieren. Also, gegeben ein kompiliertes C++-Programm, können Sie nicht im Allgemeinen da drauf schauen und entscheiden, ob es jemals auf einer bestimmten Eingabe, auf einer beliebigen Eingabe mehr als 100 Megabyte Speicher brauchen wird oder ob es, wenn Sie es einfach anschalten und keine weiteren Eingaben und mit den Default-Eingaben laufen lassen, beliebig lang laufen wird, in den Loop übergeht oder irgendwann anhält und so weiter. Damit sind wir am Ende dieses Segments der Vorlesung, in dem es darum geht, was alles nicht geht. Das ist ein bisschen ein deprimierender Teil der Vorlesung, ist ja wichtig, aber man muss wissen, was man nicht wissen kann, bevor man weiterdenken kann. Das gehört zu einem gut ausgebildeten Informatikerinnen und Informatiker, dass man auch weiß, wo die Berechenbarkeit aufhört, aber natürlich möchte man auch irgendwie mehr darüber nachdenken, was denn da drin los ist, wo man rechnen kann. Ich möchte aber jetzt zum Schluss noch einmal in den letzten 15 Minuten oder so, die wir haben, noch einmal kurz oder zehn Minuten, noch einmal kurz zusammenfassen, was wir da jetzt gefunden haben. Weniger mit den Aussagen und mehr mit den Beweistechniken, weil die ja dann vielleicht die sind, die Sie im Moment am meisten interessieren, weil Sie noch auf den Übungszetteln drankommen oder in der Klausur. Wir haben so eine geschachtelte Hierarchie von Schwierigkeitsgraden von Sprachen aufgedeckt in den letzten paar Vorlesungen. Wir haben nämlich festgestellt, dass es Probleme gibt, die rekursiv sind, für die es also Turing-Maschinen gibt, die Sie entscheiden. Da drin liegen die noch viel einfacheren Probleme der regulären Sprachen, die man sogar mit dem endlichen Automaten entscheiden kann und die kontextfreien Sprachen und so weiter und so weiter. Aber wir haben festgestellt, dass wir mit Turing-Maschinen sogar noch mal einen größeren Raum aufmachen können und da drin gibt es erstens Sprachen, für die es eine Turing-Maschine gibt, die immer anhält. Das sind die rekursiven Sprachen. Da außen rum gibt es einen Raum von Sprachen, für die es zwar Turing-Maschinen gibt, die alle Worte in der Sprache erkennen können, aber für Worte, die nicht in der Sprache sind, nicht notwendigerweise immer anhalten. Das sind die rekursiv aufzählbaren Sprachen. Und dann gibt es da außen rum noch mehr. Es gibt zum Beispiel das Komplement der rekursiv aufzählbaren Sprachen, welche nicht auch entscheidbar sind und es gibt sogar noch mal mehr Sprachen. Es gibt ganz außen rum noch, wie dieses universelle Halteproblem, Sprachen, die weder rekursiv aufzählbar sind, noch ihr Komplement rekursiv aufzählbar sind. Und davon gibt es richtig viele Sprachen, denn es gibt nämlich überabzählbar viele Sprachen insgesamt, aber nur abzählbar viele Turing-Maschinen, also da muss echt viel dazwischen liegen. Wie beweist man jetzt also, dass eine Sprache rekursiv, rekursiv aufzählbar oder nicht rekursiv aufzählbar ist. Fangen wir an mit den rekursiven Sprachen. Wenn Sie beweisen möchten, dass eine Sprache entscheidbar ist, also rekursiv, dann ist typischerweise der Beweis konstruktiv. Sie schreiben einfach auf, wie die Turing-Maschine aussieht, welche die Sprache entscheidet. Hier ist nochmal so ein Beispiel für so eine rekursive Sprache, das Zählproblem, dreimal, oder vielleicht ist das, wenn Sie so wollen, das Multiplikationsproblem oder so, also A hoch N, B hoch N, C hoch N, gibt es eine Sequenz von drei Zeichen, wo so dass jede Sequenz gleich lang ist. Da haben Sie explizit die Turing-Maschine gebaut für in den Übungsblättern. Das heißt, die Antwort auf so eine Frage, auf so eine Beweise, sieht typischerweise so aus, dass Sie halt ein Zustandsdiagramm malen oder irgendwie einen langen Satz, in dem Sie erklären, wie die Maschine arbeitet. Dass sie irgendwie über ihr Band fährt und da so zählt und so weiter. Hier steht es ja. Auch da, wieder die Betragung ins Praktische. Es gibt manche Probleme, die lösen Sie, indem Sie das Programm aufschreiben, in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache. Wenn aber jetzt eine Sprache zwar aufzählbar, aber nicht entscheidbar ist, hier ist ein Beispiel dafür, das Halte-Problem, wie zeigen wir, dass eine Sprache in diesem Raum liegt? Wie zeigen wir also, dass sie zwar rekursiv aufzählbar ist, aber nicht entscheidbar? Ja, das machen wir in zwei Schritten, typischerweise. Wir könnten zunächst mal zeigen, dass sie aufzählbar ist. Das heißt, wir bauen eine Turing-Maschine, die für Worte, die in der Sprache sind, anhält und akzeptiert. Und damit haben wir gezeigt, dass sie aufzählbar ist. Und damit haben wir aber noch nicht gezeigt, dass sie nicht rekursiv ist. Ja, wir könnten jetzt, wir könnten ja sagen, dass die Turing-Maschine, die ich geschrieben habe, die rekursiv aufzählt, die könnte ja blöd sein. Vielleicht gibt es ja irgendeinen geheimen Trick, den wir alle noch nicht verstanden haben. Irgendeine tolle Technik, irgendeinen Syntaktik-Sugar in der Programmiersprache, über den wir noch nicht nachgedacht haben, mit dem man vielleicht doch immer entscheiden kann, ob ein Wort in der Sprache oder nicht in der Sprache liegt. Um dieses Problem zu umgehen, müssen wir also zeigen, dass das Problem fundamental, dass es keine Turing-Maschine geben kann, dass die das Problem entscheidet. Und dafür haben wir im Wesentlichen zwei Argumente kennengelernt. Vielleicht sind die so schnell an Ihnen vorbeigehüpft, dass es wichtig ist, hier nochmal zu wiederholen. Der einfachere Weg, wenn Sie so wollen, das ist das Klettern mit Seil, wo man irgendwo nach Haken sucht, in dem man sich einhängen kann, ist die Reduktion. Wir benutzen eine Sprache, von der wir wissen, dass sie nicht entscheidbar ist, wie zum Beispiel dieses Halteproblem oder Varianten von dem Halteproblem, oft ist es H0, also die Menge aller Turing-Maschinen, die auf dem leeren Wort anhalten, und reduziert diese Sprache auf unsere Testsprache, auf der wir uns interessieren. Und damit haben wir gezeigt, dass die Testsprache nicht entscheidbar sein kann, weil ja diese Sprache nicht entscheidbar ist. Wie machen wir das? Wir bauen eine Turing-Maschine, die wir explizit hinschreiben, die die Abbildung realisiert, und zeigen, dass diese Abbildung diese homomorphische Eigenschaft hat, dass sie also alle Elemente aus dieser Menge auf Elemente in unserem neuen L abbildet, und alle Elemente außerhalb dieser Menge außerhalb von L abbildet. Wenn wir das machen, das ist typischerweise der einfachere Beweis, weil das eine einfache Turing-Maschine ist, die sieht immer so aus wie, naja, gegeben sei eine Turing-Maschine, entweder ist da noch ein W dabei, oder wir nehmen gleich die mit dem leeren Wort, weil wir ja wissen, dass das leere Halteproblem auch nicht entscheidbar ist, und dann machen wir irgendwas, was diese Turing-Maschine, wo zum Beispiel typischerweise vorneweg diese Turing-Maschine läuft auf dem leeren Wort, so wie jetzt gerade eben beim Satz von Rice. und danach erst irgendwas gemacht wird, was uns in oder außerhalb der Sprache abbildet, oder eben umgekehrt mit dem Komplement. Wenn wir das machen, dann haben wir es uns ein bisschen leicht gemacht, weil wir quasi jemanden hinterherklettern, der vorneweg schon mal gezeigt hat, dass H0 nicht entscheidbar ist. Der Free-Climbing-Approach, also direkt einfach selber rauszukriegen, dass eine bestimmte Sprache nicht entscheidbar ist, der besteht aus dem Diagonalargument von Cantor. Nämlich, wir nehmen an, dass unsere Sprache, die uns interessiert, entscheidbar ist, also hier oben steht das H, angenommen, unsere Sprache ist entscheidbar, dann, super, toller Tippfehler hier, dann könnten wir ihn benutzen, um eine Tabelle aller Turing-Maschinen und dem Verhalten der Turing-Maschine, wenn man ihr als Eingabe das Wort gibt, das zu dem Code der Turing-Maschine einer anderen Turing-Maschine gehört, füllen, also eine endlose Matrix, eine Tabelle voller Turing-Maschinen und dem Verhalten auf Eingabe-Codes, die auch Turing-Maschinen sind, füllen und dann können wir die Diagonale von diesem Ding durchlaufen, jeweils die Eingaben umdrehen und damit eine Sprache bauen, die dann nicht in dieser Tabelle drin liegt offensichtlich, also eine Turing-Maschine bauen, die nicht existieren kann, einen Widerspruch erzeugen und damit sind wir dann wieder fertig. Bisschen aufwendiger, aber im Prinzip sind die Abbildungsreduktionen das Gleiche, es sind nur, es sind im Prinzip auch Diagonal-Argumente, wobei man einfach nur die eine Diagonale auf die andere Diagonale abbildet, von der man weiß, dass sie nicht existiert und diese Abbildung eben auf eine berechenbare Art und Weise macht. Schlussendlich könnten wir auch Probleme haben, auch Sprache haben, von der wir vermuten, dass sie noch nicht mal rekursiv aufzählbar ist, wie zum Beispiel dieses universelle Halteproblem, das sind die Menge aller Turing-Maschinen, die auf allen Eingaben halten, die also Entscheider sind. Da hat man schon so das Gespür, das Testen ist schon unendlich schwierig. Also gegeben eine Turing-Maschine, selbst eine, die drin liegt in der Menge. Da fällt mir kein Algorithmus ein, mit dem ich in endlicher Zeit testen kann, ob sie drin liegt. Und tatsächlich sagt mir auch der Satz von Rice Shapiro, dass es so eine nicht geben kann. Wie mache ich den Beweis dafür, dass die außerhalb von RE liegt? Also man hat irgendwie so dieses Gefühl, dass das nicht gehen wird und wir haben jetzt heute gesehen, dass ein Trick ist, so einen Beweis zu führen, ist so eine doppelte Reduktion. Wir machen einmal eine Reduktion vom Nullhalteproblem, von dem wissen wir, dass es nicht in R liegt und dann machen wir noch eine Reduktion vom Komplement vom Nullhalteproblem, das noch nicht mal in RE liegt. Und damit wissen wir, dass wir außerhalb von RE, in diesem Fall auch Co-RE liegen müssen. Also, nochmal auf einer Slide zusammengefasst, wir haben diese Hierarchie von Problemen und wenn Sie eine Sprache gegeben bekommen, eine Frage gestellt bekommen von, ich weiß nicht, Ihren Kolleginnen oder Kollegen, Ihrem Mitarbeiter, Ihrem Chef, Ihre Hausaufgabe und zeigen sollen, in welcher Klasse an Berechenbarkeit diese Probleme liegen, zumindest wenn es um Berechenbarkeit geht, nicht um Komplexität, dann überlegen Sie erstmal nach Ihrem eigenen Bauchgefühl, wie Sie das Problem lösen würden, wenn Sie den Code schreiben müssten. Wenn Ihnen eine Turing-Maschine einfällt, die das Problem löst, dann sind Sie fertig, dann wissen Sie, dass die Sprache in den rekursiven Sprachen liegt, dass sie also entscheidbar ist mit einer Turing-Maschine. Wenn Ihnen eine Turing-Maschine einfällt, die eine Instanz aus der Sprache erkennen kann, aber Schwierigkeiten hat mit Worten, die nicht in der Sprache sind, dann liegen Sie wahrscheinlich in RE ohne R und dann können Sie versuchen, das direkt zu zeigen, indem Sie das leere Halteproblem reduzieren auf Ihre Sprache, die Sie interessiert. Und wenn Sie glauben, dass die Sprache noch nicht mal rekursiv aufzählbar ist, weil Sie selbst für Worte in der Sprache noch nicht mal wissen, wie Sie eine Turing-Maschine bauen würden, wie Sie erkennen könnten, dann versuchen Sie mal so eine doppelte Reduktion vom Halteproblem und dem Komplement des Halteproblems. So, damit sind wir am Ende für heute und auch am Ende dieses Blockes der Vorlesung. Wir haben festgestellt, dass es eine ganze Menge an Aussagen gibt, typischerweise über Turing-Maschinen, solche Meta-Aussagen über die Eigenschaften von Programmen, die nicht entscheidbar sind. Der Satz von Reis sagt sogar, alle nicht-trivialen Eigenschaften von Sprachen von Turing-Maschinen, also alle nicht-trivialen semantischen Aussagen, sind unentscheidbar auf der Menge aller Turing-Maschinen. Das bedeutet in der Praxis, dass volle Software-Verification auf mächtigen Programmiersprachen, auf Turing-Maschinen, nicht realisierbar ist. Das ist ein großes Problem in der Praxis für Leute, die versuchen, sichere Computerprogramme zu schreiben. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für Airbus und Ihre Aufgabe ist, einen Autopiloten zu schreiben, der mit Sicherheit nie Quatsch macht. Da hätten Sie gerne so einen Verifikator, der dafür sorgt, dass niemals ein Buffer-Overflow stattfindet, niemals ein unendlicher Loop erreicht wird, niemals und so weiter. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist, die Programmiersprache fundamental einzuschränken, sodass Sie bestimmte Funktionen nicht mehr berechnen kann. Indem man zum Beispiel solche Konstrukte wie Weilschleifen verbietet. Warum Weilschleifen? Darüber müssen wir in den nächsten zwei Wochen noch nachdenken, die sind nämlich durchaus interessant als Konstrukt. Wir wissen jetzt also, dass Turing-Maschinen sehr mächtig sind, so mächtig, dass es schon Sachen gibt, die man gar nicht mehr entscheiden kann über sie. Sie sind gerade so an der Grenze dessen, was wir uns noch so vorstellen können, was wir als Maschine vielleicht mit ein paar physikalischen Einschränkungen tatsächlich realisieren können. Wir können also kaum hoffen, noch was Mächtigeres zu schaffen. Aber vielleicht ist trotzdem noch so ein letzter Rest an Zweifeln in Ihnen drin, denn wir reden immer über diese Turing-Maschinen, immer über diese Bänder, dieses kleine Rädchen, das auf dem Band irgendwas schreibt. Da kann man sich doch fragen, gibt es nicht irgendwie vielleicht noch andere Maschinen, die irgendwie mehr können? Irgendwas Exotisches, irgendwas, was halt noch nicht von irgendeiner Chipfabrik irgendwo hergestellt wird, irgendwas, was nicht mit Silizium arbeitet, sondern ich weiß nicht, biologisch, sonst irgendwie. Deswegen werden wir uns nächsten Dienstag einmal kurz einen Ausblick gönnen und uns verschiedene alternative Konzepte von Turing-Maschinen anschauen oder alternative Rezepte von Kalkülen, von verschiedenen Berechenbarkeitsmodellen und dann werden wir feststellen, Vorausblick, dass leider alle diese Konzepte, die wir da finden, höchstens so mächtig sein werden mit die Turing-Maschinen oder strikt schwächer und wir deswegen auch einfach weitermachen können mit den Turing-Maschinen und diese Liste enthält überraschend exotische Computer. Das machen wir am Dienstag. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.